Beim größten Tanzturnier der Welt in Stuttgart räumen die Stars von Let's Dance ab. Malika Chumev und Zolt Sandor Tscheke gewinnen Goldmedaille. In Stuttgart steigt das größte Tanzturnier der Welt und die Let's Dance-Profis der RTL-Dendungen haben erstmal richtig abgeräumt. Malika Chumev und Zolt Sandor Tscheke sowie Andrzej Zibis und Viktoria Kleinfelder-Zibis holen jeweils Gold. Chumev und Zolt Sandor Tscheke sicherten sich in der Kategorie Deutsche Meisterschaft PD Lateingruppe den ersten Platz. Beim Profi World Super Grand Prix reichte es nur für Silber. Viel Lob für das Paar gibt es von Let's Dance-Juror Joachim Jambi. Auf Instagram schreibt er, herzlichen Glückwunsch zur Deutschen Meisterschaft und zum zweiten Platz bei dem Profi World Super Grand Prix. Hochverdient. Und es zeigt mal wieder, Dass man Profitanzen ernst nehmen sollte und für viele eine große Chance ist. Weiter so und jetzt hart trainieren für die Weltmeisterschaft im Oktober in Leipzig. Auch Andrzej Zibis und Viktoria Kleinfelder-Zibis freuen sich über ihre Goldmedaille und schicken Dankesworte per Instagram raus. German Champions Professionals 2022 Danke jedem, der uns auf unserem Weg unterstützt hat, der uns zu den Tänzern aber auch Menschen gemacht hat, die wir jetzt sind. Danke an unsere Trainer, Coaches, Freunde, Fans, Familie und vor allem danke einander. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.